Hallo? Hallo? Was ist das für ein Haarstratz? Oh Gott, ich hab mich voll erschrocken. Mach da mal. Noch nichts, such dir was aus. Nimm die acht. Jo, mach mal Sound. Das ist wie ein Wetter. Der Lappenrostquietsch, wieder austauschen. Möbel aus Qualität. Voll die Kugeln drin. Oh, du bist eine Pussy. Oh, nee. Abwechseln. 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 Also, ich muss ja sagen, ich hab hier keine Angst mehr. Jo, viel. Ich kann nicht mehr spielen. Ja, ich will nicht spielen. Ich will nicht stoßen. Geht rüber, stoßen. Halbe? Noch gar nichts. Ja, Herr Schulte, die Handbewegung könntest du hier und da nicht. Halbe. Spiel mal nochmal Halbe. Halbe. Sag mal, wie machst du das? Ja, stöß einfach. Voll gestoßen. Mit Gewalt drin, das Ding. Alter. Mit Gewalt. Mit Gewalt. Mit Gewalt. Haben wir ihn jetzt? Voll oder Halbe? Wir haben die vorhin. Wieder mal. Hör zu. Nicht lachen. Verkackt. So, André, ich würde sagen, Hagen ist dran. Hagen? Moment. Hagen. Da muss ich mich erst mal... Oh, jetzt wird's ja widerlich. Oh, jetzt wird's ja widerlich. Ich muss weg. Moment. Jetzt wird's echt widerlich hier. Oh, jetzt wird's echt widerlich hier. Ja, da kommen schwarze Balken drüber auf jeden Fall. Das war schon schwarze Balken. Kannste morgen bei YouTube reingucken, da siehst du alles. Definitiv. Ich hab mir heute auch einen Kanal aufgemacht. Pass auf die Rücken noch. Ich hab mir heute auch einen Kanal aufgemacht. Ja, Jute. Oh, schaff. Was gibts da ein als Grund? Billard oder was? Ja, schaff. Aber du auch. Thomas, Tobi, Hagen, André? Hagen? Hagen? Na ja, zeig mal, was du drauf hast. So, Pussy. Ist das schon mal ausdrücklich? Naja, das ist eine Kraftausdrücke. Kannst du auch nicht bringen. Guck mal, dann guck mal. Ja, bitte. Oh, tut mir leid. Hast du gelocht? Kann ich mir die Wiederholung angucken? Ich hab nicht gesehen, was du gelocht hast. Die weiße ist aber da, ne? Ach so. Er sucht sich den Winkel aus. Du bist so klein, dass es ist. Brauchst du die Oma? Ne, die mathematische Formel. Oh, das ist aber übel. Oh, das ist aber übel. Was ist denn plus minus x oder so? Er sieht aber sehr intelligent aus, wenn er da versucht. Er steigt sich an. Und voll in die Hose. Sag ich doch. Ich hab's schwarz auf weiß. Ja, aber muss ich probieren oder nicht? Probieren geht immer studieren. Hagen, bist du jetzt? Ne, du. Hagen. Also, ich muss ja sagen, ne, wir haben's jetzt nach 23 Uhr und das ist ja auch nicht mehr Jugendfrei hier, was ja auch geht. Da kannst du ja ein Metschli draus machen. Oh, 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 oh. Er springt, er springt, springt. Und es war knapp Daniel. Und es war einfach nur verkackt. Einfach. Die Tobi, ja? Denk dran, ne? Ich boh, erst mal keine. Erst mal das Ding einpudern. So. Ich weiß, was ich jetzt um die Barzerschenkel da... Kreide? Bisschen Wimperndusche. Oh, oh, oh! Oh, oh! Tobi! Was ist das? Aber wie ist das, wenn jede von euch einlochen, dann nach ne Völle, dann wird der normal? Nein. Doch, das ist ein Fail. Das ist ein Fail, das ist egal. Das ist ein Fail, das ist egal. Schick! Genau. Wird auch geknobelt. Wieso, war nicht gut, oder was? Doch, der war spitze. Traumhaft. Also, sie liegen im Fail, ja. Everybody is safe, fucking. Oh! Ich hab endlich geschwappelt. Der hat hier sehr von... Vorhin noch eine Warte. Beim Hang, was war denn das denn den Abend? Hast du mich da bloß vorgeführt, oder? Ja, hab ich nur gesagt. Hast du mich bloß verarscht, oder wie? Hast du mich gewinnen lassen, oder wie? Richtig, damit du öfters mit mir gehst. Nachher geht's um Geld. Ja, genau. So sieht das nämlich aus. Und die kommt so ja. Die kommt nicht. Kommt nicht. Doch. Doch. Oh. Fass es. Kommt nicht gleich nach Hause gehen. Jetzt krieg ich jetzt alle mehr zu Hause weiter. Ja, vergammter, ohne halbe Weg. So, Tobias. Dann halt mal das Gerät. Bist du noch nervös? Natürlich bin ich da. Ist ja ekelhaft. Ach, ist ja wieder nicht. Also, ich halt mal das Gerät. Mit voller Anspielen oder ohne? Nee, ohne. Das kannst du vergessen. Indirekt. Das ist ein volles Fehl. Oder über Bande. Oh. Oh. Oh, was ist denn eine Bande? Oh, was ist denn eine Bande? Action. Ja, aber die schwarze Anspiel ist auch ein Fehl. Das ist ja. Halt. Also, pfff. Was? Soll ich die schwarze Anspiel? Nee, das ist uncool. Oh, voll Pussyhaft. Du hast nur Feierabend. Voll Pussyhaft. Das war ja nicht so geplant eigentlich. War sie nicht? Oh, voll der Balken hier. Na, haut der Fehl. Achso, ich bin? Ja. Die nächste Pussyhaft. Die nächste Pussyhaft. Sieh, wo sind die siegen? Sieh, wo sind die siegen? Oh, die beißt nicht gleich. Die springt nicht hin. Sieh, einfach siegen. Achso, das schaffe ich nicht. Oh, oh. Oh, Mann. Oh, Mann. Komm, mach die 14 rennen, die dich tut. Jo. Und die 12 gleich hinterher. Ja. Der hat ja Klappen geklappt. Ja, man platiert ihn ja schön. Oh, scheiße. So, Kolom. Und dein Schatz hier. Ja. Schatz, mit Schatten, darf ich das hier rein? Wenn ich hier rausgehe? Hör zu. Nein. Bitte mal auf den Kollegen abzunehmen. Das ist schon schön genug, dass der auf dem Auto steht. Du, Tobi, wir sind Gegner, dann muss das so sein. Okay. Ich bin deprediert. Ich bin gleich hier. Mach mal das Handy mit. Tobi muss auch da filmen. Alles. Bauer nicht. Nimm das Hilfe mit, du musst filmen. Ich weiß nicht, wo stein geht. Da hinten hinter der Markise. Du gehst bis schräg in die Ecke. Siehst du da hinten die Snoopy? Die 20. Ich sehe die 20. Ne, guck mal. Dahinten steht WC. Genau. Genau. Das geht nach links davon. Richtig. Du gehst einfach bis schräg in die Ecke. Bis schräg in die Ecke. Da hinten. So, jetzt bist du Martin. Aber natürlich musst du auch noch so gut draufstehen. Das geht nicht. Oh, 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 oh. Die ist zugepasst. Er fehlt vielleicht. Ja, ja. Und er springt gleich wieder. Achtung da hinten. Das ist eine Pusse, ey. Das hat uns die... Ach, nee. Herr Horn. Das kann ich nicht. Der Plan fährt so nicht, aber sieht schon mal ganz lecker aus. Alles in der Mitte, ey. Das gibt's auch gar nicht. So, du bist dran. Wo sind die Weißer? Von vorne. Oh, oh. Wie ohne Rigg. Hä? Oh, ohne Rigg? Ja, eine Unverhütete. Du solltest die ohne Rigg nehmen. Hab ich doch. Ja, aber eigentlich noch. Die Weiße hat doch einen ohne Rigg. Oder hab ich jetzt falsch geguckt? Nee, du hast die weiße Rigg. Du hast die ohne Rigg. Ja? Ist doch weiß. Ist doch weiß. Das stimmt, ja. Ja, sag ich doch. Siehst, Tobias ist dran, ne? Dann mach ich das für Tobias. Eine halbe oder was? Volle. Liegt die schon über der Hälfte hier an? Ja, nimm mal. Volle. 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 Ja. Das ist jetzt Thomas beim Stoßen. Oh, 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 oh. Mal gucken, ob er sich überall so geschickt anstellt. Aber dahinter, da drüben ist viel interessanter. Also, gestoßen und nicht getroffen. Ups. Entschuldigung, ich hab jetzt einen Stoß nicht drauf gehabt. Ich weiß, das war Ablenkung. Ich könnte es mir vorstellen. Ja. So, was haben wir jetzt? Wir haben die voll in der anderen Seite. Ja. Außer die 8. Guck mal, die 2. Ich muss auch mir einschnitzen. Hier hinten? Ja. Soll ich mir da rankommen? Ja. Ich muss bringen. Oder gibt es die 1 hier vor dem Ring, gell? Oder hier die 1? Ich kann es mal probieren. Aber eigentlich ist das Wasser. Nein, ja. Das ist noch die ganze Welt. Hier aber natürlich. Ja. Naja, innerhalb von wann machst du es halt? Nächsten 4 Stunden? Thomas? Nächsten 4 Stunden? Was? Nächsten 4 Stunden? Ist das über YouTube? Nächsten 4 Stunden? Nächsten 4 Stunden? Ja, sag ich doch. Nächsten 4 Stunden? Unbekannt. Das ist gut, wir können weitermachen. Was ist denn was? Ja, was macht denn der? Ist der eigene Band? Oder was? Da hab ich gesagt. Da wird mal das Handy gediehen. Weil er filmen muss. Da kommt die Pussy doch schon. Ey, Koller, mach mal hinne! Koller. Riecht rein oder was? Jupp. Oh, das ist ja ekelhaft. Ich brauch schon seit einer halben Stunde auf dich, Mensch. Nicht die Brust auf dem. Hab ich schon. Du wolltest schon eine vermisste Anzeige aufgeben. Deine Nippel sind schon drauf. Ist ja ekelhaft. Ach so, Tobi. Wolltest du schon eine vermisste Anzeige? Hey. Was macht das? Fingereck. Nur gucken. Nicht anfassen. Ein Fack ist nicht. Lass die zwölf liegen. Du gehst dann auf. Danke. Du sollst die 15 spielen. Was? Du hast gesagt, du sollst die zwölf liegen lassen. Aua. Ich geh nach Hause. Ich geh nach Hause. Und hier. Und hier. André, kannst du bitte mal aufhören, die beiden Kugelstände anzupassen? Ja. Na, seid doch froh. Ich mach wenigstens eine ein. Also, ich trinke mal ein bisschen Bier, ne? Also, da muss man mal was sagen, ne? 100%ig, was ich nicht draufgekriegt. Meinst du? Und bei 3. Und bei 3. Die ist doch selten. Der ist echt gut. Ihr seht ja. Achso. Achso. Ja. Achso. Achso. Ja. Kann man sich noch aus, muss ich den Hut auslassen? Gerade im Moment irgendwie schon. So hast du dich ablenken lassen, so Arsch. Achso. 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 Kannst du mir mal das Ding abnehmen? Soll ich dir mal das Ding abnehmen? Halt mal woanders hin. Guck mal, der Tobi, der ist schon spitzen bisschen hier gerade. Zeig mal deinen Spitzen. Oh, kreide ihn ein. Alter, das müssen wir echt sensieren, das geht ja gar nicht. Irgendwie kriegt keiner mehr. Kann das sein? Wir sind abgelenkt, glaube ich. Lass die zwölf Jahr liegen. Nein! Warum? Nimm die Orange. Die Orange? Ja. Und dann? Nein! Was ist das Wettorange? Ja. Geht doch ein scheiß Winkel. Na klar ist die auf Distanz, aber mach Rinderding. Und da, weil du da saßt. Ja. 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 Nein, das... Das Ding fängt ja schon selber an. Also... Jetzt darfst du die zwölf nehmen. Jetzt darfst du die zwölf nehmen. Und dann... Das Ding ne 15, ne? Das wisst du auch noch, ne? Ja. Oh, oh, oh. Entschuldige. Ich bin richtig. Oh, ich bin richtig. Ich bin richtig mit mir rein. Ist der Sachdetach? Ja, ich hab noch nie BJ gespielt. Also eben was da drüber. Aber richtig. Halt, 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 halt. So, bitte fahr rüber hin. Jetzt darf ich rüber hin. Aber ich brauch erst noch Kreide. Hör, wir wollen ein bisschen aus der Schussbahn hier gehen. Und mach endlich. Vorsicht, hier drüben wird scharf. Das ist ja lecker. Ja, auf jeden Fall. Was war denn Ditte? Hey Tobi, du Pussy. So sie das haben. Also, so sieht eine Pussy aus. Das ist ja nicht wahr. Da hinten sind Pussys. Das natürlich auch. Warte, ich bin gerade dabei. Oh, oh, Arsch am Arsch. Oh, jetzt kommen sie sich ins Team. Ich hab jetzt schon eine 40 Stunde.